Ja, Robert, du bist hier bei uns am Stand. Du machst normalerweise Donau Classic und Regiosprint hier bei euch in Ingolstadt. Was machst du hier bei uns? Ich schaue mir an, was es dieses Jahr für Autos gibt. Es sind ja wieder recht schön, es sind ja recht viele. Und dann fülle ich ein paar Lose aus, damit die Spendenaktion weitergeht. Und das ist ja auch so, dass wir bei dir bei deiner Rallye auch immer mitfahren dürfen umsonst. Das machst du auch schon viele Jahre. Ja, das haben wir schon. Seit Anfang an seid ihr dabei, seit 2006. Alles klar. Dann vielen Dank. Ja, sehr gerne. Gut.